Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch, also das kann hochklassig werden. Da ist der Ball weg. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt ist es gefährlich. Sunny, volles Risiko. Ball ist nicht drin. Da hatten sie noch mal Glück, das wissen auch die Fans, auf Dauer geht das so nicht gut, weiterhin unentschieden. Schön dazwischen gegangen. Ich sehe die im Angriff. Da ist er da, er steht gut und holt sich den Ball. Talia Fico. Sebastian Allaire. Chance zur Führung. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Da kommt die Ecke. Weiter gefährlich. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Im Angriff jetzt Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Rockets haben Platz auf außen. So, rüber. Auf die andere Seite. Macht er gut. Die Fahne geht hoch, abgefiffen. Da bin mir nicht hundertprozentig sicher. Davies. Seht ihr jetzt mit Platz auf dem Flügel. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sie lassen die Rockets über außen kommen. Ball kommt rein. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Vielleicht jetzt die Chance für City über außen. Gute Chance für eine Flanke. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Da geht er vorbei. Er zieht ab. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Kurze Ecke. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Die Rockets jetzt. Da ist die Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Gefährliches Anspiel. Und er schießt. Brillant gemacht. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Platz auf dem Flügel für die Rockets. Ball kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiterhin bedränglich. Aber da wäre jetzt Platz. Parade neu. Immer noch gefährlich. Super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Die Ecke kommt. Klasse abgefangen. Die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Ja, starker Pass. Unaufhaltsam. Gut aufgepasst vom Torwart. Da haben sie die Chance. Das war eine gute Chance. Aber der Ball wird abgeblockt. Eine kurze Ecke. Torwart. Oh, da geht er vorbei. Elegant gelöst hier. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Klasse Chance jetzt. Da macht er fast das so mit diesem Hover. Es spielt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Sebastian Alleya. Neuer Elfball noch im Spiel. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Seht ihr jetzt mit Platz auf dem Flügel. Das ist die Chance. Da ist der Ball drin. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte. Mein lieber Mann. Die Rockets haben Platz auf außen. Die Gelegenheit, um zu flanken. Dankbarer Ball. Ungefährlich. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute Redakt gespielt. Da zieht er ab. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Partie ist einseitig. Und wahrscheinlich zur Pause schon. Die zweite Spielhälfte beginnt mit einem Rückstand für die Rockets. Sebastian Alleya. Jetzt hat er den Ball wieder. Leeroy Sané. Da kommt die Hereingabe. Wichtig, dass er da erklärt. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Der Torwart. hier 41 jetzt also da hat leroy sané einiges am platz auf dem flügel brelem bolo das war eine gute chance aber der ball wird abgeblockt da können sie kontern die ablässlich da etwas zu viel zeit super gemacht mit einem recht schwung kommt an den ball das war gefährlich erste stelle ein klasse keeper und hier sehen wir jetzt den wechsel ecke kommt rein ja ganz energisch ball ist raus sie war sehr leer der ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst schutz da hatte die chance tolle parade aber gefahr ist noch nicht so weit er ist so eisekalt vor dem tor da schnürt er den dreierpack 5 1 jetzt also der spielstand klasse wie er dahin gehen sade bietet sich da jede menge platz auf außen ball kommt flach tolle parade es war eine riesen parade gerade eine klasse szene ball kommt gut bei diesem hohen steifers schön befreit das war eine vielversprechende aktion woher steil passiert sie gut aus sucht natürlich jetzt die lücke drüber war war das knapp startlich viel gefehlt jetzt kommt hier der wechsel heute springt der funke nicht von der mannschaft auf die fans über buschi hörmer ganz im gegenteil durch die leistung ist jegliche euphorie hier im stadion verflogen jetzt können sie den ball reinbringen sie können es machen was für eine parade aus dieser distanz starke szene da wissen sie bei wem sie sich bedanken müssen da ist der ball erst mal raus ja vielversprechende aktion klasse einsatz hätte sonst gefährlich werden können tolles tor das ist natürlich ein volle wie ihr besser nicht geht so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen langsam wird es gefährlich schönes dribbling jetzt ist der gegner der angriff ist erst mal vorbei sie verlieren ja da einfach nicht genau genug gezielt da fehlt einfach die konzentration jetzt haben sie den ball und da gibt er vorteil gute entscheidung spielfluss nicht unterbrochen also wenn er so hingeht was soll der schiri machen gelbwürdige aktion der ball kommt abwehrversuch scheitert die platzszene geht weiter sané könnte es über außen versuchen chance zur flanke jetzt flanke kommt ganz weit kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab zehn minuten noch auf der uhr schlussphase jetzt geht da voll in diesen zweikampf klasse täglich da kommt er an den ball er steht im abseits gut gesehen abwehr klebt an ihm aber dennoch gute ballernahme schöne bewegung freistoß und das ist eine gute gelegenheit schuss bleibt in der mauer hängen die chance jetzt vielleicht zum konter das wäre die chance zum konter gewesen aber weg ist der ball da ist die wahl eroberung da ist er da er steht gut und holt sich den ball sané sie bringen den ball in die mitte das tor volle genommen ganz starke szene eine absolut klare angelegenheit ist das heute so viel können wir schon mal festhalten ja zwei minuten nachspielzeit kriegen wir jetzt noch da passt er auf freistoß und er hat er auch schon gelb da muss er doch besser aufpassen das ist der schlusspfiff das war's